Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück bei Rocket League am Samstag, am Wettkampf Samstag. Und erstmal ganz liebe Grüße gehen raus, ich hab's versprochen, an den lieben guten Tim, an die Waki Kami, auch ganz liebe Grüße an den Blub, an den Mati, den Niklas, den Paluten-Fan, den Chris, den Christian, den Kusa, die Flammy, den Marcel, die liebe gute Alexa und an alle anderen natürlich da draußen auch, wenn ich jemanden vergessen habe, es tut mir schweinedolle leid. Aber ich hoffe, ich hab niemanden vergessen, den Julian hab ich, glaub ich, auch gegrüßt. Macht nichts, sei's drum, ihr schreibt's mir, ich entschuldige mich persönlich bei euch. Wie gesagt, ich mach Braintrain hier ein bisschen und wir machen Wettkampf heute, 3 gegen 3, heute am Samstag. Das muss sein, da müssen wir alle durch, ich auch. Und wir fahren weiter mit dem Takumi. Ja, bin gespannt, also da lief ja gar nicht mal so schlecht in der letzten Folge. Am Mittwoch könnt ihr schauen, Folge heißt, wieder Schumi im Takumi. Und Beitritt läuft hier, auf geht's. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Ich bin total aufgeregt, ich bin aufgeregt, bin ich hier beim Sachsen-LP, aufgeregt. Und wir spielen mit, also gegen Hugo RMP, Leipoche TV, Mohamed Biel und RIF. RIF und Hugo sind bei uns. Und da schauen wir mal, drüben ist noch einer reserviert. Beitritt läuft, wer wird's sein? Wer wird es sein? Super, Sieg. Na, das lief ja großartig. Gut, dass ich das alles aufnehme und euch alles zeige. Na, und ganz liebe Grüße nochmal an euch. Wie gesagt, wenn ich jemanden vergessen habe, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und weiter geht's, nächste Runde. So, wir probieren's nochmal. Und jetzt sind dabei Mohamed Biel, RIF, Popcorn, La Pioche TV und Bubix. Und wir spielen zusammen mit Weird Popcorn. Und, den Ahnen seh ich noch nicht. Mohamed Biel, Mohamed Biel. Okay. So, bin ich erstmal hinten. Bubix fährt jetzt hier rüber. Will jetzt hier aufs Tor schießen. So, aber nichts da. So, ich hoffe, die anderen übernehmen ein bisschen mit. Wie gesagt, wir fahren hier im Takumi. Oh, ich hab ein Bubix weggemacht. Das tut mir auch echt leid. Oh, Leute. Wollt ihr hier alle verteidigen? Was ist denn hier los? Komm, Freunde. Ah. Interesse mal erstmal da weg. So, und jetzt sind wir her. Wieso fahren die alle wieder zurück hier? Haben wir hier irgendwas verpasst? So, da kommt, oh, Mohamed Biel fliegt oben drüber. Ne, da ist Mohamed Biel. Jetzt hat er erwischt. Und ich fahr ein bisschen mit nach vorn. Hier, bleibt hier stehen. Mohamed Biel schießt. RIF, Block. So. Alles klar. Oh, Bildschwarz. Cool. War ein guter Schuss, mein eigenes Buch, glaube ich. Ich lege nur so ins lange Eck. Oh, meint bin ich ein Arsch. Na gut, weiter geht's. Feuer frei und Spaß dabei. Hier bei Roggen League am Wettkampf Samstag. So, ich hole mir den Boost, den kriegst du nämlich nicht. Und auch nur hat die Biel geschießt am Tor hier. Der passt doch, oder? Ist da drin? Na, ha, ha, ha. Popcorn mit dem Torschuss hier. Das erste Mal hier in Aktion der Popcorn. Und wir fahren ein bisschen zurück. Weil der RIF schießt jetzt den Ball so ein bisschen nach vorne. Mohamed Biel kommt nicht ganz ran. RIF liegt rüber auf Leipoche TV. Oh, und der kommt ja richtig gut hier. Aber ich habe einen Takumi am Start, Freunde. Ja. Und wieder weg damit. Ach, ein Lumpen. So. Na, holen Sie, komm, holen Sie. Ja, stört euch gegenseitig, das ist gut. Und wir Popcorn mit einem schönen Schuss hier. Guter Schuss. Guter Schuss. Ein, Leute, das läuft heute krass. Was für ein schlimmes Eigentor. Aber ich darf da gar nicht sagen. Ist mir auch schon passiert, ne? Das ist Rocket League. Auf geht's hier. So, ich schieße halt mal. Fucking Mood. Okay. Sehr schön geblockt hier. Von Mua, Badabi, keine Ahnung. Mohamed. Ich sage Mohamed. Mohamed. Also ich finde das immer schlimm, wenn jemand anderer als Mood bezeichnet, ne? Das zeigt eigentlich... Wow. Dass man sich selber für den Besten hält. Und ihr kennt's ja. Und ihr kennt's ja bei mir. Na, ich bin ja selber auch nicht der Beste. Na? Und ich gebe das ja auch offen zu. Wurde ich auch schon gelobt dafür. Liebe Grüße, ein Club dafür. Na? Danke nochmal für das Lob. Weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich weiß, wo meine Stärke und meine Schwächen sind. Und ein schönes Tor. Apropos Stärke. Mohamed. Sehr gut. Da klingelt's im Kasten. So, wir stehen hinten. Mohamed hat ihn, hat geschrieben. Ah, nicht ganz, ne? Geblockt hier. Der Gegner gibt noch nicht so auf. So, ich warte mal, was der Popcorn macht hier. So, schön drüber gelupft. Auf jeden Fall. Auch nochmal drüber gelupft. Versucht zumindest. So, was ist jetzt los? Leute, wollt ihr die einfach schießen lassen? Danke. So, auf geht's. Mohamed, auf geht's, komm. So, Vollgas. Vollgas. Sehr gut. Wird Zeit, dass der Rob hier mal seine Skills ein bisschen unterbreitstellt hier. Oh, 8. Wie am Popcorn, dann schießen's. Sehr gut. Aber geht da rüber. Geht auf die andere Seite, hier. Willkommen auf der anderen Seite. So, Mohamed, komm, mach was. So, ich werde jetzt hier nicht ganz, die ganze Zeit hier defensiv hinten stehen, ne? Das ist gar nicht so mein Ding. So, da kommt vielleicht nochmal. Oh, Leipoche TV. Stürzt sich da gegenseitig. Aber jetzt hier weird ein Popcorn geht hoch mit einem schönen Schuss. Ach, schade, schade, schade. Letzten Mai gelassen, mein kleiner Freund. Macht aber nichts, kann man nicht sehen, ne? Man sieht man es halt auch gar nicht, ne? Ob da noch jemand kommt. Da hat man dann so den Vorhunger, ne? Will man es dann selber machen. So, oh mein Gott, jetzt weird Popcorn fliegt hoch. Ach, schade, schade, schade. Nur damit ich die Spielformel da ganz gut, ne? Kann mich hinten ein bisschen austoben. Und haue den dann mal in die Richtung hier. Sehr schön. Fast. Schöner Pass hier. Und mit dem Takumi, mit der Schnauze hier rechts. Ins Eck. Danke dir, Mohamed. Was für ein Spielzug war das natürlich. Wo haben wir jetzt mit einem schönen Anspiel da mal? Auf die rechte Seite. Fährt jetzt weiter nach vorn. Bringt ihn in die Mitte. Keiner da. Leitprojektiv jetzt nur noch allein. Oh, da kann ich nicht ganz ran. Ich hab's noch mit dem Doppelsprung versucht, ne? Habt ihr gesehen? So. Leitprojektiv. Fährt hier weiter. Und weird Popcorn hier. Oh, ich hab nicht ganz so viel Schmatze dahinter gehabt hier in den Ball. So, ich lass mal. Sehr schön. Wo kommt jemand? Oh, schade. Jetzt, wir haben Popcorn. Oh, nein. Wo schießt man hin? Ich glaub, das ist jetzt nur noch so ein bisschen. Bisschen Geplänkel hier, ne? Boah, da hat's noch mal auf der Ehe. Mohamed. Oh, schöne Parade. Und das war's. GG, hat Spaß gemacht. Gut gespielt. Sehr, sehr geil. Wer hat mal zu spielen auch noch geworden? Ja, läuft noch hier. In der ersten, im ersten Teil von unserem heutigen, ja, Let's Play von Rocket League, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Wer schaut denn jetzt noch zu? Kann man ja da mal fragen, ne? Wir werden die nächste Runde spielen. Wettkampf. Heute am Wettkampf Samstag müssen wir das tun, ne? Ich trinke mal kurz einen Schluck, während ich Suche läuft. Und schon erledigt. So, dann schauen wir mal. Suche abbrechen wollen wir nicht. Wir wollen spielen. Rocket League hier bei Absturz. Zack. Und schön, dass ihr alle mit dabei seid. Bei uns hier. An diesem wunderschönen Samstag. 30 Grad sind heute gemeldet. Eieieieieiei. Ich bin ja mal gespannt. Ich nehme das Ganze am Dienstag auf. Heute ist Dienstag, genau. Und zwar um 5 Uhr 13. Falls ihr euch wundert, hey Rob, warum spielst du nicht mit uns? Warum hast du das nicht mit uns abgenommen? Dienstagfrüh, spontan. 5 Uhr 13. Vor meinem Dienst. Eieieieiei. Das heißt, ich muss euch noch arbeiten. So, abbrechen wird auch nichts. Okay, okay, okay. Ganz liebe Früße. Und Kilo gelaufen lassen, ne? Kilo heißt es, glaube ich, sogar nicht. Kilo, sondern Kilo. Aber ist ja auch egal. So, Wettkampf. Erstes Match. Haben wir gewonnen. Als bester Spieler auch noch. Min Takumi. Und jetzt schauen wir. Manuel und ETMR. Admire. Okay. Auf geht's. Ja, keiner fährt. Das ist mal wieder schön. Sehr schön zurückgeblockt hier. Und der Coinstar. Der Coinstar ist jetzt mit hier. Manuel fliegt schon hoch. Ich weiß dann halt nicht, ob ich jetzt mit vorgehe oder nicht. Boah. So. Leute. Jetzt habe ich auch mit gelenkt hier. Jetzt war ich ganz, ganz kurz. Total angespannt hier. Manuel fliegt jetzt hoch. Wippt nicht ganz. Und der Ball geht weiter vor. ETMR und Manuel jetzt nach vorn. Weil komisch abgeblockt hier. Aber der ist immer noch dort in der Ecke, ne? Oh, jetzt kommt er mal ein bisschen gefährlicher auf meine Richtung. Aber ETMR fliegt hoch. Was für eine Parade da. Von Flaming Cactus. Geiler Name. Der flammierte Kaktus. So. Ab nach vorn damit. Von Manuel. Und weiter geht's. Ich bleibe jetzt wie gesagt. Ich bleibe jetzt ganz kurz mal defensiv stehen hier. Weil das Geplängel davon regt mich ein bisschen auf. Eieieiei. Und der ist noch drin. Ach, was für eine Parade. Mieter Flaming Cactus hier. Mega Trouder hier auf der Seite. Und doch. So, was ist hier los? Manuel geht dazwischen. Auch mit einer Parade. Demzufolge. Und schon wieder eine Parade hier. Oh, da halten sich gegenseitig. So. Äh, Manuel. Du kannst, glaube ich. Manuel. 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 Sehr schön. Schön getribbelt. Ich komm nicht ran. Ich darf schon mit dem Doppelschuss probieren. So. So, du kannst, ETMA. Jetzt wird es Zeit, dass der Rob mal ein bisschen mit nach vorne geht hier. So. Ah, nein. Ab nach hinten. Ah, da sind sie schon. Manuel ist schon da. ETMA ist schon da. Heißt für den Rob, dass er mit nach vorne gehen kann hier. Bin gehalten. So, ich übernehme. Warte. Ach, die fahren alle nach vorne hier. So. Dort sind die Mitte gepresst. Eieieieiei. Oh, das war meiner. Oh, das war meiner. Das war mein Pass. Aber ich habe gedacht, einer von uns steht immer mit. Flaming Kaktus. Haut da oben rechts rein. Ein schönes Tor. Muss man ja auch sagen. Schönes Tor. Schöner Schuss. Das erste Spiel liegt gut. Ich stand, glaube ich, zu weit, zu oft der Prinzip jetzt hinbekommt. Und somit keine Chance dann gehabt, hier irgendwas zu reißen. So, jetzt mache ich erst mal eine Parade. Ein paar Punkte einheimischen hier. Wir wollen ja auch noch mal wieder ein bisschen aufsteigen in unserem Rang hier. So. Ah. Da muss ich ja wieder sagen, leck die Sau am Arsch hier, ey. Manuel flippt da ganz hoch. So, hier kommt ein Ball nach hinten. Ah, den trifft doch. Schade. Ah, die stehen gut. Die stehen gut. Die machen das richtig super da. So. Ach, ITMA könntest wechseln hier. Zack. Ab nach vorn mit dir. So, jetzt geht es weiter. Manuell mit dem Pass. Und ITMA blockt das Ganze. Aber die stehen zu zweit. Flaming Cactus Top noch mit am Start. Es steht auch erst 0 zu 1. Es steht erst 0 zu 1. Ach, da wollte ich ihn wegrammen dann. Ah, warte mal, ich lande noch. So. Der Ball kommt in die Mitte hier. So. Kommt jemand? Ja, ITMA kommt. Ich komm nicht ran hier. Aber der Manuel kommt ran. Oh, da springen sie beide vorbei. Ei, 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 ei. Uah. Uah, 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 uah. Ei, krass. Das kann man sich gar nicht mehr angucken. Schade, Mann. 2-0. Okay, das erste Spiel war gut. Das zweite Spiel läuft richtig scheiße. Aber ich muss dazu sagen, ich bin da ja ein bisschen... Es ist nicht ganz... Alles gold noch spänzt hier. Na? Die Abstimmung immer wieder. Nichts da. Davor muss er. So, dann soll ich mir auch mehr die kleinen Boost-Teile holen. Wurde mir gesagt hier. So, komm schon. Manuel. Oh. Oh, hintert von ITMA. Manuel geht aber nochmal hoch. Mit einem schönen Tor hier. Wahnsinn. Wahnsinn hier. Zack. Und eine schöne Tor hier. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss ein bisschen drüber quatschen. Eine Minute nach. Stop Ball Chasing. Alles da, mach mal. So ist hier drüben jemand. Ja, ITMA ist hier drüben. Sehr schön. Von Manuel. Was ist denn hier los? Sehr gut aufgepasst. ITMA. So, warte. Kurze Landung hier. Ah, da geht's so weit nach hinten. Aber da kommt. ITMA geflogen. Nochmal. So, und da hat's kurz geraucht hier. Hau mal, ich hab den Ball nach vorne gebracht. So. Zack. ITMA ist schon hinten. ITMA, du kannst. Wir haben keine Zeit mehr hier. Und der Ball ist aber unsere Seite. Ah, das wird dann wohl nichts mehr. Ja, ich komm nicht ran. Sehr gut. Ah. Gigi hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ah, ja, ja. Hab's vielleicht in meiner Moderation, in meiner Kommentation schon gemerkt. Das war krass, das Spiel. Also es ging ja wirklich, boah, wir waren ständig unter Stress. Ständig unter Druck gewesen. Und von daher, naja, dass wir das 1 zu 2 noch geholt haben, war richtig gut. Aber im Endeffekt war es jetzt keine tolle Leistung, ne? Also auch von mir. Okay. Haben wir gemacht. Okay. Krieg mal. Sehr schön. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns morgen wieder dran geblieben. Rai, Gau, liebe Grüße. Euer Rob. Da macht's gut.